so heute habe ich mir gedacht ich mache mal wieder ein video weil ich habe gerade gesehen dass es im shop total die abgefahrenen sachen gibt oh mein gott eat me just played out die sieht ja mal also diese komische tür werde ich mir direkt mal einkauf fortsetzen die werde ich mir direkt mal snacken total schnulzig so heartbreaker ak bringt mir persönlich halt nichts weil ich ein solo player bin und ja solo player kriege ich sowas sowieso nie obwohl diese laufmaschine die sieht so geil aus oh mein gott ist so geil die kann ich ja mal so ein bisschen abfeiern die werde ich weglassen die handschuhe werde ich weglassen auch dieses wundervolle jacket werde ich weglassen der ofen da weiß ich noch nicht ich habe keine ahnung wieso er ist einfach nur einfach nur ein schwarzer ofen da habe ich glaube ich ein cooler in meiner sammlung die eat me just played finde ich auch ziemlich nice ehrlich zu sein ok ich bin ein bisschen hin und her gerissen obwohl ich diese face mask natürlich metal mask die sieht natürlich ganz schön porno aus die werde ich mir für 90 cent auch mal abgreifen kauf fortsetzen nein aber der herr mit der road sieht natürlich auch gut aus ok ich bin das ist so schwer das ist eine schwierige entscheidung ok die die hose können wir mal weglassen die ist von meinem geschmack halt nicht pinke noch die laufmaschinen wäre ich weiß es nicht ich bin ich bin wirklich wirklich aber der leuchtet nicht der sieht langweilig aus so langweiligen habe ich auch jetzt mit dem bogen aus ganz vielen pinken herzchen ruf ich glaube den pinken bogen nehme ich auch so einkauf fortsetzen was haben wir in unserem warrenkirbschen drin den pinken bogen die tür und die maske 3 euro 95 und weg ist die kohle ok es gibt auf jeden fall wieder ganz interessante sachen ich denke mal die man auch ganz gut weiter verkaufen dann sowas zum beispiel geht eigentlich immer obwohl ich nicht weiß 1 euro 75 wird man auf jeden fall irgendwann dafür kriegen oder für diese ak das denke ich schon schade die hätten lieber mp oder so anbieten sollen das wäre für mich persönlich interessanter gewesen aber man kann ja nicht alles haben ansonsten wünsche ich euch noch einen guten tag weiter ich hoffe es das funktioniert du w